Ich baue jetzt noch zwei Montageanlagen, die mir diese Forschungsteile bauen, nur damit du bescheuert warst. Ja. 1.15 Uhr und meine Freundin schreibt jetzt, dass sie ins Bett gehen, weil sie morgen früh schlicht haben, also gleich. Ja, viel Spaß, ey. Ja. So, jetzt haben wir einen tatsächlichen Unendlichkeitskreislauf. Äh, und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Öfen. Hier kommen aber noch zwei hin. Sprich, wir können oben die Steinöfen quasi wegmachen und dann hier verlagern. Also, die Steinproduktion, die muss dann hier angeschlossen werden. Ähm, ich baue schon mal, damit es einfacher ist. Warte, das ist das Band, was von oben kommt, ne? So, dann baue ich doch schon mal. Einfach, damit wir da ein paar Dinger Platz haben, um noch irgendwas zu tun später. So. Du brauchst, äh, ach so, was machst du jetzt? die montageanlagen bauen okay soll ich mich um stein schon mal kümmern kannst du gerne machen immer dieser strom so jetzt bin ich mal gespannt jetzt kommen die ersten steine runter ich bin verwirrt irgendwie kann man irgendwie kann man doch zahnräder aufs band lenken naja klar ja ich bin blöd klar geht das so und wo gibt es jetzt aha ja sehr geil die von jetzt am stein ich baue die montageanlagen worden lassen weil das wäre doch ein bisschen umfangreicher als eigentlich gedacht ich wollte hier oben wenn das was übrig bleibt zwar gesperrt jetzt ab was eigentlich nicht so viel sein dürfte was wir tun können ist damit du einfach besser haushalten kannst wir können ich brauche ich brauche eine montage produktion für zahnräder dann brauche ich eine produktion für aber das wird so widerlich das wird eigentlich eine ganze produktion städte aus montage fabriken ja warte dann versuche ich mal ob ich dir helfen kann ich brauche nur zum größten teil eigentlich wenn ich mich das jetzt so angucke für eisen und kupfer platten wenn ich das mehr oder weniger an was kriege kann ich meine produktion starten ja gib mir second ich baue dir quasi einen platz wo du machen kannst was du brauchst und trotzdem fließt der rest sauber in unsere scheiße rein so kannst du hast sogar auf einer seite schon strom nee innerhalb des kreises was ich gerade baue warte ich sage ich erkläre das jetzt ich habe ich habe irgendwie die befürschung dass das nicht ausreicht ja das ist jetzt nur für erstmal das erweitern ist dann kein problem das kann man jederzeit so jetzt hast du hier wo ich jetzt gerade laufe das band wo alles lang läuft was wir gerade produzieren ja und du hast strom das heißt da kannst du auch direkt abgreifen alles klar und wenn du dann fertig produzierte scheiße hast dann kannst du zum beispiel hier dann gehst du einfach wieder an die haupt aber das fließt alles in die kisten ok dann tue ich mich jetzt aus und wenn du mehr platz brauchst sagt bescheid dann helfe ich dir dann erweitern wir das entsprechend alles klar so so jetzt reiße ich oben die öfen ab oder habe ich die schon abgerissen ich habe schon ein paar abgerissen ich sehe du brauchst mehr strom sekunde zack zack du produzierst das kranker warum stehst du meinen weg session so ha 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 Mhm. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ah, ne, 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 ne. Okay. Bum, 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 bum. Ha, 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 ha. Ja, die haben ganz kurz angegriffen oben und sind sofort gestorben. Ja, noch. Das, äh, ich hab so das Gefühl, das dauert nicht mehr allzu lange, dann wird's ekelhaft. Da, 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 da. Bum, 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 bum. Ja, mein Charakter steht im Weg, ja. So. Oh, was hast du? Der speichert die Fensterposition nicht, das ist echt ein bisschen nervig. So, zack. Und das Rezept sind die. Nice. Okay, die Produktion zu den roten Potions hab ich schon mal. Mhm. Aber, ich bin noch nicht ganz mit dem Output zufrieden. Ja, das läuft. Ach, lol. Ja, das läuft. Amen. Nicht kratze, dude, nicht kratze. So, sieht zwar ein bisschen umständlich aus, aber es funktioniert. Nice. Ja, warum auch immer ist diese Fabrik sehr langsam, aber ich glaube, weil das ja diese Forschungsteile sind, dass das so sein soll, dass das so langsam ist. Kann ich mir gut vorstellen, damit man nicht die Forschung pushen kann, in Anführungszeichen. Glaube ich auch. So. Jetzt kannst du jetzt nochmal spiegeln. So. 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 gib mir den scheiß arm so krass dass man das alles quasi programmieren kann ich habe einen kohlestau das ist nicht gut nee nee okay so du produzierst jetzt die zahlen die zahlen so wenn es irgendwie machbar wäre mehr kupfer zu kriegen wäre geil weil dann kann ich nämlich was das angeht produzieren ich nehme jetzt kohle raus und hoffe dass das das ganze ein bisschen löst ja so eine doppelte produktion für die rot potions ab pokens flaschen habe ich jetzt das ist ja so jetzt mache ich jetzt mache ich das mit den grünen und das wird jetzt umfangreich leider so ich grabe jetzt hier gerade kohle ab ne nur dass du als schalt weißt so ich brauche ein greifarm und fließband so